Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Ich bin heute wieder GTA 5 CrossMaps zusammen mit Maurice. Wir sehen uns morgen wieder, hallo. Morgen wieder? Oh, geiler WarRide. Kaffee. Boah, krasse Hindernis WarRide. Crash hat's. Er hat wie den Schatten. Easy Game. Biss im Maul. Crash hat's. Gute aus. Wie der schon wieder gebaut ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Bist du rausgeflungen? Wie du hast es. Ey, Crash, dass du schon den Reißen zerschießt, ne? Na, Freunde, immer wieder herrlich. Ey, du wirst doch noch so leiden, Alter, ist nur scheißegal. Ey. Junge, Junge. Immer wieder herrlich. Heiko herrlich. Ja, will Heiko herrlich als Dortmund-Trainer, weißt du? Uhuhuhuhu, war das knappe. Easy Boom. Also die Aussortierer, wie als ich die gesetzt sind, wie? Hä, mega easy. Oh, war das knapp. Einmal respawn, bitte. Einmal respawn, bitte. Ey. Ja, du musst auch respawn, hast du recht. Gut erkannt, Luis. Halt's Maul und fahr. Ey. Please. Zweite sind Haltwirkungen raus. Gott. Ich muss immer so leiden, Alter. Und wann? Dieser Fick. Dieser Fick-Wagen. Den mag ich. Das ist cool. Das ist der Krieger. Ey. Egal, der Typ kann so nicht bauen. Please. An den Ziel, würde ich sagen, Freunde. Easy Game. Egal. Wie hast du rausgesucht? Hm? Wie viel du rausgesucht hast? Zwei. 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 Wolltest du es nicht entziehen? Ich bin in Zukunft mit Anime Fan auf, Alter. Ich wette da liegen eh noch 10. Wo sollen die liegen? Ich wäre da eh niemals reingekommen. Weiii. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. Wiener 2000. Ja. Hast du den getunt oder das? Ja. Echt? Ja. Die Scheißkarre hast du getunt. Ja, Junge. Ich bin richtig reicher Typ. Immer schön schustigere Reifen und so. Ciao. Piss dich aus meinem Leben. Digga, wieso ziehst du ja nicht direkt wieder so weg? Ja. Wahrscheinlich. Hat nicht so ganz funktioniert, würde ich sagen. Hauptsache. Hab das auch gekackt. Nice. So gefällt mir das. Hä? Hä? Warum springt der denn nicht? Ich bin zu hoch. Ich bin zu hoch. Fuck, ey. Wieso springt der nicht? Du musst halt schon selber springen, ne? Ja, ich weiß. Ja, dann guck doch. Hä? Trafisch. Was? Zu niedrig? Das war knapp. Der Schatz. Wahrscheinlich habe ich so, ne? Zweimal schon. Sieht richtig gut aus. Was? Ja, er springt nicht im richtigen Moment. Du musst halt einen Tick eher drücken. Einen Tick. Ja. Du weißt nicht mal, was ein Tick ist. Du weißt nicht mal, wie man Tick schreibt. Ach so, ich zünd noch die ganze Zeit falsch hören. Genau. Herr Schatz. Nein. Ganz knapp nicht. Verdient. Richtig verdient. Was für verdient, Junge? Ich hoffe, du schaffst das niemals. Easy drin. First try, Alter. Er fällt da runter. Das kannst du eigentlich. Herr Schatz, sieh gut aus. Oh, ganz knapp. Richtig verdient. Du wirst es niemals in deinem ganzen Leben da reinschaffen. Hab ich auch nicht. Wieso kann man eigentlich keine Waffen aktivieren? Oh. Mann, die seien gut aus. Boah. Ich weiß auch nicht, warum man keine Waffen aktivieren kann, ehrlich gesagt. Ja, es wird immer besser. Der Trainertausch kommt langsam ins Rollen. Ey, dadurch schaffst du es jetzt, ne? Ja. Danke. Ciao. Kann man nur so viel Lack haben, Alter. Ja, jetzt springt er wieder nicht. Was ist da jetzt die Schwierigkeit? Also hättest du nicht, hättest du alleine aufgenommen, das wirst du niemals geschafft. Dann hättest du einfach direkt... Wann die Minute? Dann hätte er das noch 20 Minuten nicht geschafft, wäre die mir vorbei. Gott, das schaffe ich nicht hier. Ich schaff's hier irgendwie... Also... Ich schaff's irgendwie hier nicht. Nicht? Komm... Komm her, geh mal auf Windschatten. Wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Weil du mir Windschatten gegeben hast, oder? Und ich mir den nicht nehmen musste. Ich hab dir extra absichtlich Windschatten gegeben. Ach so, und deswegen bist du nicht absichtlich rausgefahren. Nein. Nein. Das ist hier... Ja, wenn man ein Gamepad so rumspackt und auf einmal links zieht, kann ich da hin zu. Ja, auf einmal, ne? Ja... Ja... Digga, wie soll man das hier schaffen? Das ist so ein Wichspunkt. Wie soll man das schaffen, wenn es hier jedes Mal zu kurz ist? Eigentlich hätte ich hier eigentlich durchfahren müssen, weil... Dann hättest du, hättest du vielleicht so viel Speed gehabt. Komm, bitte. Bitte. Ja, hätte ich auch. Das war perfekt, was du gemacht hast. Ja, ich hab den Punkt. Nice! Ich schaff's nicht. Ich komm immer gleich hoch, aber nicht so hoch, dass ich da reinkomme. Weißt du das? Ich weiß nicht, wie das... Funktionation so. Ich hör jetzt nicht viel... Nö. Das sind einfach Fakten. Nö. Das wird nichts mehr... Wieso mit das machen? Das sind ja... Die Schnauze. Fahr. Die Schnauze. Die Schnauze. Oh! Ohne Windschatten, das geht nicht easy, Alter. So fährt man Maps. So fährt man Maps. Junge, Junge. Bist jetzt also endlich da, ja? Ja, ich bin jetzt im dritten Wildkrieg angekommen. Wo muss man hin? Leute, willst du mich verarschen? Was? Warum soll ich springen da? Ich merke, dass es eh falsch spricht. Hättest du mal da springen müssen? Keine Ahnung. Puff ich's nochmal. Ja, man muss springen. Nee, nicht. Doch, muss man. Kein Spaß. Fuck, jetzt verkack ich's da. Ich kann übrigens Hüpfsteine facecam. Sieht gut aus. Geil, ne? Ja. Heute leider ohne, ne? Aber nächste Woche wieder. Ich komm nicht mal an, ne? Alter. Okay, musst du aber ordentlich hochstehen. Ich hab ganz vergessen, dass Donnerstag frei ist, ne? Ach ja! Ja, Mann, Digga! Keine scheiß Busch... Keine... Oh Mann, nein, keine Busch, oder? Oh Mann, ey. Was mach ich da? Ist das schade. Keine Busch... Auf gut Deutsch du hast es auch vergessen, ja? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hab dran gedacht, aber... Du weißt, ne? Manchmal... Kann man halt seine... Ich hab da wirklich gar nicht dran gedacht. Ich dachte, kacke lange Woche... Kacke gar nicht streamen. Hast du den Punkt... Hast du den Punkt... diesen Wichs hier eigentlich... ähm... von unten genommen oder bist du obendrauf gelandet? Ich weiß... Wie soll man da... Alter! Du musst direkt beim Sprung... Ja, ja, springen, ne? Ja, ich weiß, aber... Alter! Da fehlt immer richtig viel. Junge fehlt da viel. Und Skill braucht man. Man hat nicht nur Skill, das ist random. Wahrscheinlich random, oder? Ist es ja auch. Nein, null. Entweder du kommst hoch genug oder nicht. Ich spring jetzt mal ganz oben am Rand ab. Boah... Was mach ich da? Nein... Du... Ah... Da brauchst du auch wirklich einen perfekten Sprung, ne? Junge, Junge. GTA ist einfach ausgegangen. Wahrscheinlich. Kein Spaß. Ich war sowieso Erster. Ja, ach so. Deswegen ist ja egal. Ist es abgestürzt oder was? Okay, Freunde. Ja. Also, ist einfach ausgegangen. Freunde, ich würd sagen, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Movis immer noch nicht aktiv im Kanal vorbei. Ich freu, dass du mir leid, dass Fresh kann. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.